Nachdenkseiten Die kritische Website Christian Drosten Harte Kritik hinterhältig und Schulschließungen weiter kein Tabu. Ein Kommentar von Tobias Riegel Christian Drosten ist mit neuem Buch auf Comeback-Tour durch die Medien und hat dabei in jüngster Zeit immer wieder fragwürdige Standpunkte vertreten. Das aktuell öffentlich präsentierte Selbstbewusstsein von so manchen Verteidigern der Lockdown-Politik ist eine Flucht nach vorn, die bisher erfolgreich verläuft. Die Corona-Aufarbeitung bewegt sich zwischen Farce und Trauerspiel. Eine von vielen Verteidigern der Corona-Politik momentan vertretene Sichtweise geht so. Es gibt anscheinend einen Konsens, nachdem man oder die Wissenschaft sich darüber einig sei, dass die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit sei. Und dass auf das dann wieder völlig neue Virus wieder mit Zwangsmaßnahmen reagiert werden könnte, weil das habe sich ja bewährt. Schließlich sind wir in Deutschland ja relativ gut durch die Pandemie gekommen und darauf solle man als Lehre aufbauen. Nach dieser falschen Deutung war die deutsche Pandemie-Bekämpfung bis auf einige Fehler sehr gut, wenn dann nicht die schlechte Kommunikation gewesen wäre. Deshalb haben viele Bürger bis heute nicht verstanden, wie richtig das alles war. Darum? Bei der nächsten Pandemie machen wir vieles vielleicht wieder genauso, aber wir werden es besser erklären und auch Mechanismen finden, damit nicht wieder alle durcheinanderquatschen und dadurch die Wissenschaft in Erklärungsnot bringen. Dadurch, dass die Lockdown-Maßnahmen für die Zukunft nicht eindeutig ausgeschlossen werden, werden sie auch indirekt in der Rückschau weichgezeichnet. Da man kaum etwas wiederholen würde, das destruktive Wirkungen entfaltet hatte, erscheinen die Maßnahmen durch die Perspektive einer möglichen Wiederholung weniger destruktiv. Durch diesen irrationalen Zirkus-Schluss erscheint auch eine Aufarbeitung von Maßnahmen nicht so dringend, schließlich möchte man ihren Einsatz ja nicht mal für die Zukunft ausschließen. Was gibt es da also aufzuarbeiten? Weißwaschung durch Normalisierung Es kann meiner Meinung nach Situationen geben, in denen auch Zwangsmaßnahmen wie Lockdowns unvermeidlich sind, um größeren Gefahren zu begegnen. In diesen Situationen muss die individuelle Freiheit und in echten Extremfällen sogar das Recht auf Bildung dann vorübergehend zurückstehen. Das Entscheidende ist aber, dass diese Maßnahmen dann der realen Stärke einer Gefahr angemessen sind und dass sie wirksam und geeignet sein müssen, diese betreffende Gefahr auch tatsächlich zu mindern, ohne dabei noch viel größere gesellschaftliche Schäden anzurichten. Diese Verhältnismäßigkeit war bei der Corona-Politik auf vielen Gebieten oft nicht gegeben. Darum muss die Politik streng aufgearbeitet werden und es muss ausgeschlossen werden, dass erneut auf einer ungenügenden Datenbasis so weitreichende Maßnahmen so lange verteidigt werden können. Beispielhaft für aktuelle Versuche der Verteidigung der Corona-Politik von Seiten zahlreicher Corona-Akteure stehen einige öffentliche Auftritte von Drosten. Darum wird hier auf diese Auftritte eingegangen. Er betreibt meiner Meinung nach in seinen jüngsten öffentlichen Äußerungen eine Weißwaschung durch Normalisierung, die momentan auch andernorts zu beobachten ist. Dadurch, dass die unangemessenen Corona-Maßnahmen wie Lockdowns und teils sogar Schulschließungen von ihm wie ganz normale Elemente auch einer künftigen Gesundheitspolitik genannt werden, soll ihr unangemessener Einsatz während der Corona-Jahre rückwirkend weiß gewaschen werden. Die Schulschließungen waren sehr effektiv. Hier folgen zwei Beispiele von jüngeren Auftritten von Drosten, bei denen er die hier beschriebene Haltung teils umsetzt. Zum einen geht es um eine Talkshow beim NDR und zum anderen um ein Interview mit der Apotheken Umschau. In einem verlinkten Interview mit der Apotheken Umschau geht Drosten ab ca. Stunde 1 auch auf die Schulschließungen ein und sagt, die Schulschließungen waren sehr effektiv im Verhindern der Weitergabe der Infektion. Und überhaupt, so Drosten, Ausgangssperren, Kontaktmaßnahmen etc., das lässt sich alles belegen, das war sehr effektiv. Alles hatte eben einen Preis. Und er ergänzt Selbstverständliches. Wenn in der gesellschaftlichen Debatte gesagt wird, es war falsch, die Schulen zu schließen, dann wird erst einmal gesagt, der Preis war zu hoch dafür. Drosten erweckt für mich beim Interview eher den Eindruck, als sei für ihn aber dieser Preis nicht zu hoch gewesen, auf die schlimmen Folgen der Lockdown-Politik für Schüler und Kinder sind die Nachdenkseiten in zahlreichen verdingten Artikeln eingegangen. Drosten, der gerne eine Debatte von Spezialisten bevorzugt, äußert sich bezüglich der Schulschließungen mit Berufung auf Bildungsexperten fachfremd und fragwürdig. Diese Bildungsschäden sind eigentlich nicht im Wesentlichen in der Zeit entstanden, als die Schulen geschlossen wurden. Diese Experten sagen mir, dass die eigentlichen Schäden in Bildungsbiografien eigentlich später entstanden sind, in der Zeit, wo die Schulen immer auf- und zugingen, wo Klassen zu Hause bleiben mussten, wo es dann hieß, der Schüler hat das eingeschleppt, ja, diese Stigmatisierung beispielsweise. In anderen Ländern, wo Schulschließungen stärker gemacht wurde, waren auch bessere Grundvoraussetzungen. Digitalisierung in den Schulen beispielsweise war dort viel besser, die Ausstattung der Schulen ist dort viel besser. Die schwerwiegenden Probleme für viele Kinder, die mit der Digitalisierung des Unterrichts im Allgemeinen und während der Corona-Jahre im Besonderen einhergehen, haben die Nachdenkseiten in zwei verlinkten Artikeln thematisiert. Indirekt zu sagen, wenn nur jeder Schüler sein Tablet-Computer hat, dann könne man auch die Schule länger schließen, offenbart pädagogische Unwissenheit, Ignoranz gegenüber Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und eine große gesellschaftliche Leichtfertigkeit. Wo gehen wir ran? Arbeitsstätten? Schulen? Als könne man aus der Geschichte ableiten, dass die Zukunft eine Abfolge von virusbedingten Lockdowns sein könne, sagt er, und das nächste Virus wird nicht so sein wie dieses Virus. Die oben beschriebene Taktik, die nächste Pandemie als gegeben darzustellen und auch, dass wir darauf wieder mit extremen Maßnahmen reagieren müssen, setzt Drosten mit dem folgenden Satz um. Dabei enttabuisiert er für die Zukunft auch erneute Schulschließungen, indem er sie mal eben als Bereich aufzählt, an dem man zumindest theoretisch rangehen könne. Wir werden ja auch in Zukunft wieder ein Problem haben, wo wir schließen müssen. Wo gehen wir ran? Arbeitsstätten? Schulen? Zur Kommunikation über eine künftige Viruspolitik und wer sich daran beteiligen darf, hat sich Drosten bereits vor einiger Zeit sehr fragwürdig geäußert. Wir sind darauf im verlinkten Artikel Drosten und seine schräge Vorstellung von der Meinungsfreiheit. Es darf sich doch nicht jeder einfach äußern. Eingegangen. Im aktuellen Umschau-Interview gehen manche Äußerungen Drostens in eine ähnliche Richtung, wenn er mit Begriffen wie Verhaltenskodex, Mehrheitsmeinung, Die Wissenschaft, Community, Konsens, nicht alle durcheinanderquatschen oder False Balance jongliert. Fast schon lustig ist, wenn Drosten wegen der wenigen, gegenüber der Corona-Politik kritisch formulierten Artikel sagt, dass manche Medien sich unethisch verhalten hätten. Sie hätten bewirken wollen, anstatt zu berichten. Hier soll natürlich nicht pauschal jede Form der formulierten Kritik an der Corona-Politik verteidigt werden. Aber Drostens Urteil müsste selbstverständlich viel eher die Journalisten treffen, die geholfen haben, die nicht angemessene Corona-Politik so lange aufrechtzuerhalten. Ich finde es einfach hinterhältig. In einer Talkshow des NDR hatte Drosten sich kürzlich zu fundamentalen Kritikern der Corona-Politik geäußert und gesagt, im Nachhinein zu behaupten, das wäre ja alles gar nicht nötig gewesen, ich finde es einfach hinterhältig. Wer das mache, handelt laut Drosten wie eine extreme Gruppe. Es gibt ja extreme politische Stimmen und Gruppen, die dieses Thema gerne kochen. Hier folgen Ausschnitte aus der Talkshow. Und das ist vielleicht auch ein bisschen jetzt der Grund, warum ich nach so einer langen Pause auch nochmal komme in die Öffentlichkeit mit einem Buch, weil mich das schon sehr geärgert hat, was da so, sagen wir mal, vielleicht seit einem Jahr oder anderthalb in der Öffentlichkeit so langsam sich aufbaut. Diese Umdeutung des Geschehens im Nachhinein, also dieses so im Nachhinein alles anders zu erzählen, im Nachhinein zu behaupten, das wäre ja alles gar nicht nötig gewesen. Ich finde es einfach hinterhältig, gerade diesen vielen Leuten gegenüber, die das verstanden haben, die sich engagiert haben, denen man jetzt da irgendwie weismachen will, sie hätten sich da umsonst engagiert. Das ist natürlich Unsinn und das muss man einfach auch nochmal klarstellen. Man muss die einfachen Dinge nochmal nennen. Was ist zuerst passiert, was kam dann, was kam dann? Wie hat sich das Virus verändert? Wie hat sich der Kenntnisstand verändert? Wie haben wir aber auch in Wirklichkeit schon das Geschehen von vornherein richtig eingeschätzt insgesamt? Wie haben wir das in Deutschland auch eigentlich sehr gut gemacht? Das muss man einfach offenbar nochmal sagen, denn sonst kommen Gruppen, Personen, die sich damit entweder schön präsentieren wollen, die damit auch natürlich ihre politischen Ziele verfolgen, die das missbrauchen, das Thema. Wer ist das zum Beispiel? Wen meinen Sie damit, wenn Sie sagen... Naja, es gibt ja extreme politische Stimmen und Gruppen, die dieses Thema gerne kochen, die einfach sagen, das nehmen wir uns, das skandalisieren wir, da verdrehen wir jetzt im Nachhinein die Botschaft. Und ich möchte mich jetzt nicht als Politiker positionieren, der ich nicht bin, aber ich glaube, es wissen alle, wovon ich spreche. Ich nehme dieses Verhalten als Flucht nach vorn wahr und die verläuft bisher erfolgreich. Die Corona-Aufarbeitung bewegt sich zwischen Farce und Trauerspiel. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir reden können uns über das. Wir reden wollen. Wir obrigado.